Ja, da sind wir auch schon wieder. Toxic ist wieder da mit Let's Play Pokémon Snakewood. Ich hab mich ehrlich dazu entschieden, dass ich extra für diese Arena mir ein dummes Makuita fangen werde und das kurz vorher trainieren werde. Also ich muss echt persönlich sagen, ich mag Makuitas überhaupt nicht. Ich kann mir ganzen dreckst anderen Viecher in, ob die niemand will. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Als wenn jetzt hier auch kein Makuita auftaucht. Geht doch. Watergun. Noch eine Watergun kann ich riskieren. Scheiß Clip. Ich bin nicht down. Gut, das ist Makuita. Back. Muss ich wo mal. Och, bleib doch drin. Geht doch. So. Makuita werde ich einen Spitznamen geben. Der wird zwar nur für die Arena sein, aber... Alle Pokémon, die ich fangen werde, werden einen Spitznamen kriegen. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Smiley. Weil Makuita immer smiled. Hahaha. Ja, ich mein, Fettern sind ziemlich ausgefallen. Deswegen würde ich jetzt hier reingehen. Einmal heilen. So, wenn wir uns hier wiedersehen, wenn Makuita bereit ist, dem Arena-Leiter in den Arsch zu treten. Boom. Oh mein Goooooooood. Dülülülülülü. Woooo. Soki evolved into Pelipper. Wow. Oh. Yay. Unnötig, aber egal. Oh mein Goooood. Double Evolved. Smiley evolved into Hariyama. Und das werde ich sowieso hier nach nicht mehr gebrochen können. Und da bin ich auch schon wieder. Und wie man sieht, hat sich Smiley in ein Hariyama entwickelt. Und hat, ähm... Fake Out und Wirbelwind dazugelernt. Äh, Wirbelwind habe ich einfach so gelernt, weil sonst war, glaube ich, nur noch Sandwirbel. Hätte ich zwar auch lassen können, aber... Naja. Dann hat Simplay Antikraft erlernt, was, finde ich, eine ziemlich gute Attacke ist. Deswegen habe ich dafür auch Self-Destruction weggetan. Dann mein guter alter Knecht. Der ist Level 12 und bleibt es hoffentlich auch. Und Soki hat sich in ein Pelipper weiterentwickelt und hat Protect erlernt, was ich natürlich ziemlich gut finde. Und dazu kommt noch, dass ich WTF aus dem Team getan habe, weil für mich hatte das nur Attacken, die total für den Allerwertsten sind. So, dann bin ich auch direkt neben dem Arena. Leider, aber ich wollte jetzt gucken, habe ich die Demon Claw noch, weil dann gebe ich die... Wenn ich mal gucken... Hat Hariyama überhaupt so wenig Initiative, dass das gebraucht wird? 35? Joa, dann werde ich das Demon Horn von Pelita nehmen. Soki. Und das Smiley geben. Der, der das besser gebraucht könnte. Dann gebe ich hier das... Äh... Anadrin Talon. Anadrin Talon. Keine Ahnung. Naja, ähm... Wollen wir loslegen. Komm, ja, jetzt ist mir scheißegal, jetzt gibt Gas hier. Geht doch. Ja, das ist schön. Komm, auf Soll. Noch ein One-Hit. Ja, das wird vielleicht fast langweilig mit den ganzen One-Hits, aber... Ähm... Das... Lux-Fass-Problem, was gleich kommt. Oh, rough skin. Was drauf? Super Sonic Thief. Als wenn es auch noch schneller ist als... Junge. Mein Gott. Los, Smiley. Das ist schön. LOL. Oh mein Gott. War das ein Crit? Ich hab's nicht mitgekriegt. Wenn's ein Crit war, was der niceste Crit, den ich bis jetzt in diesem kompletten LP hatte. LOL. Okay, Smiley, du bleibst im Team, bis ich etwas viel Besseres gefunden hab als dich. Ach du Scheiße, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Sneebel. Das wird ebenfalls abkacken, da es doppelt resistent gegen Hariyama ist. Sowohl Eis als auch Unlicht. Deswegen bräuchte ich nur einen Armthrust, der... Einer hat One-Hitted das Ding ja fast schon. Ach du Scheiße, was ist das? Aha, gut. Armthrust. Was? Wonderguard? Was ist das denn, bitte? Hä? Mein Gott. Fake Out. What? Hallo, tschüss doch. Warum fehlt das die ganze Zeit? Ich glaube, es geht hier so tagelang weiter, wenn ich mal wüsste, was ich hier tun sollte. Was ist bitte Wanda... Was ist bitte Wonderguard? Niemals. Hä? Wo kann ich denn die angreifen? Oh mein Gott. Hä? Lulz? Was zum Teufel ist das hier, bitte? Go Knecht. Kann sowas tun. Cut. Tackle. Chef. Headbutt. Oh, das ist Verzweifler. Das ist irgendwie gut. Ja, ach, 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 ne, jetzt muss ich vorspulen, bis Verzweifler das Ding selbst umgebracht hat. Der Kampf. Verzweifler bringt es selbst, um oder zuerst meinen Knecht. Sieht gut für Knecht aus. Es sieht sehr gut für Knecht aus. Das schreit gerade nach Level 13. Das ist ja von Poch, nein, oh mein Gott. Nein, Knecht, du darfst nicht sterben. Nein. Oh, ich habe keine AP mehr. Nein, Knecht, nein. Noch ein Critical Hit. Niemals. Simplay hat Überrest, das ist nicht, das bringt nichts. Ja, struggle du nur. Wahrscheinlich, also ich würde jetzt daraus Schlussfolgern, dass Wonderguard heißt, dass das Ding keinen Schaden kriegen kann. Daraus würde ich schließen, dass es vergiftet? Geht das dann vielleicht? Ich bin mir nicht, aber das Einzige, was mir einfallen will, wäre Vergiftung. Okay, ich melde mich zurück, wenn dieses dreckige King Mardio kaputt ist. Weil das dauert noch ein Jahr, also tülü. Es ist down, oh mein Gott. Wie viele Super Potions hier, das ist ja nicht mehr feierlich. Ich glaube, es waren fünf. Zwei habe ich ja mitgemacht und dann drei jetzt noch auf Screen. Es war so smart und ich habe endlich noch eine Badge. Mein Gott, ja, schnell, jetzt habe ich keinen Bock mehr. TM08, was ist das? Sag es mir. Brawly. Ah ne, das ist... Ach, ähm... Protzer war das, genau. Der jute alte Protzer. Und jetzt werde ich mich endlich aus dieser Arena verpissen und endlich weiterziehen. Mein Gott. Och, diese Arena. Ich fasse es nicht. Ich bin draußen. Oh, mein Boron. Oh, mein Boron. Ähm... Und jetzt sollte ich zuerst die Punkte uns hintergehen. Dann kann ich ja weitergucken. So, also, ich sollte in den Häusern nachfragen, ob hier irgendjemand irgendwas von Meilen zugehört hat. Och, hier habe ich noch ein Benschen gekriegt. Oh, das ist schön. Das ist schön. Komm her. Komm jetzt. Was ist hier drin? Ach, der hat mir Eisbranche gegeben. Und... Was ist wahrscheinlich hier im Haus? Irgendwas. Bis... Da. Oh. 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 Okay, also wir müssen jetzt nach Osten und dann nach Norden. Und da ich Wasserstrecken hasse und keine Lust habe, hier die kompletten ganzen Kacktrenner zu machen, werden wir uns sehen, wenn ich auf einem anderen Ufer bin, also oben. In Sword Lake City oder wie das hieß? Keine Ahnung. Bis gleich. So, ich bin bis hierhin gelangt und dachte mir, das sieht hier nach einer guten Abwechslung aus für die letzten 5 Minuten. So, das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen mal hier rein und gucken mal, was hier so drin ist. Fail. Naja, dann sehen wir uns doch in Sword Lake City oder wie Kack heißt. So, da bin ich auch schon, es hat sich nicht viel getan, es waren nur ein paar zu sehen, da ist Timplay 26, Soki ist auch 26 und Smiley ist immer noch 26. So. I need money. So. 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 André. So. 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 Ach, schade. Wäre aber gut gewesen, für Knicht. Warum hast du die ganze Roar? Roar, Roar. Super fun. Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Smiley. Oh ne, jetzt habe ich das noch überlebt. Und dann noch so ein kommendes Kampf. Vor allem, Knecht. Nein, du wirst sowieso gleich bald alles verlernen. So. Okay, ich soll nicht hier reingehen. Das würde wahrscheinlich der Grund sein, warum der Strand so leer gefickt ist. Und, äh... Ich will mal kurz zum Pokémon Center gehen. Oder zu der da ist mal. Volcano Pod. Meiß. Keine Ahnung, was das ist. Ja, klasse. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir beenden den Part hier. Und sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... Let's play Pokémon Snakewood mit einem Toxic. Also, bis dann. Tschüss.